Es ist Tag 25. Uns geht es sehr gut. Es ist Gründonnerstag. Es steht heute alles im Zeichen des Sports, bevor die Enthaltsamkeit kommt. Und deshalb haben wir uns entschieden, wie so viele Künstler, dass wir ein bisschen Yoga machen. Ich habe heute auf das Rote extra verzichtet, weil ich dachte, mit Schwarz sieht man unsere begnadeten Körper besser. Also zumindest nein. Ja, dann würde ich sagen, sollten wir keine Zeit verlieren und mit der Yoga-Session-Lesson beginnen, oder? Herr Kahl, freust dich schon.